Ja, sehr, sehr besonders. Man merkt hier, dass hier ein sehr bekanntes Gesicht ist und ganz viele Menschen mit unglaublich tollen Lebensleistungen. Und deshalb fühle ich mich, so wie ich sein sollte, sehr demütig heute, sehr klein in einer Gruppe von so außergewöhnlichen Menschen mit so außergewöhnlichen Geschichten. Ganz klar die erste Frage, die ich mir selber gestellt habe war, warum ich und für was. Und dann habe ich die Erklärung gelesen und dann habe ich gedacht, okay, wenn das notwendig war, dann kann man das sicher so sehen. Also ich denke schon, dass wir in England gezeigt haben, dass das, ach, weiß ich jetzt nicht, ob das notwendig war, aber dass wir nicht so schlimm sind, sagen wir es mal so. Und wir haben bis heute, oder natürlich bis heute, wir haben unendlich viele Freunde in England und werden an diesem deutsch-englischen Verhältnis weiterarbeiten, das kann ich versprechen. Wo kommt der Orden hin? Da, wo er hingehört, einen ganz besonderen Platz. Okay.